Willst du ein reicher Bauer werden? Willst du mit deiner Ernte mehr verdienen? Willst du höhere Erträge haben? Pflanzen brauchen gute Böden. Reich an Humus und Mineralstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium und Kalzium. Damit diese Stoffe von den Pflanzen besser aufgenommen werden, soll der Gesamtsäuregehalt des Bodens den pH-Wert 6 überschreiten. Großer Teil der Böden in Deutschland, besonders im Norden, liegt mit ihrem pH-Wert bei etwa 4,5. Deswegen brauchen sie entsprechende Behandlung. Bei zu hohem pH-Wert verschwinden sogar die Regenwürmer. Du kannst etwas dagegen tun. Verwende Max-Kalk, organische Kalkdünger. Entsäuerung des Bodens schon nach dem ersten Quartal. Max-Kalk reguliert die Humusbildung und versorgt die Pflanzen mit Mineralstoffen. Max-Kalk erhöht die Erträge bis zu 40%. Max-Kalk schreckt durch Calciumhydratgehalt Wildschweine ab. Wilde Tiere werden somit kein Problem mehr sein. Lass deine Pflanzen wachsen. Werde reich und verwende Max-Kalk. Max-Kalk, erschaffen von Bauern für Bauern. Max-Kalk, erschaffen von Bauern.